Mein Pinacolada ist super, fast besser als in Zürich. Zürich machen die Beige. Panorama kann auch gut Pinacolada machen, aber nie so gut. Ich habe einen Blumen, aber ich bekomme eine Freundin. Blinka lilla, Hanna, Dörr, hur jag undrar var du är. Kärran lockar mich in sin, likt ein Diamant i Skyn. Blinka lilla, Hanna, Dörr. Wie ist es, du bist, du bist, du bist, du bist? Du bist, 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 du bist. Wir sind beim Meer. Es windet und ich bin dann einfach kalt und sie sind dann drinnen. Aber die sind unten vor allem Meer genossen. Das ist seltsam. Es sieht zufrieden aus. Finden sich noch einen Fisch. Mit den neuen Schuhen. Levis Schuhe, 80 Fr. kostet. Und Jens hat auch Markenschuhe, die hat nur 80 Fr. gekostet. Ich habe keine Schuhe gekauft, ich habe Taschen für 50. Und zwei Gurte. Das hier, 12 Euro. Und eine andere Gurt für 15. Tschüss. Jetzt kommt wieder mehr. Jungs mit neuen Schuhen. Markenschuhe. Dürcher Lade. Oh, sehr schön der Meer. Jetzt diskutieren sie über ein Haus da, wie Iron Man. Im Hang da. Ein Haus wie Iron Man da. Jetzt legen sie gerade den Standort hier fest. Hauen sie ab. Scheisse. Ah, das sind die Höhlen da hinten. Ja, das wollte ich sagen. Das waren sie letztes Mal auch. Ja, Samthöhlen sind das. Ja, das wäre geil. Jetzt kommen sie sicher lange nicht mehr, wenn sie die Höhlen sehen. Und jetzt habe ich Fina Colada bestellt. Wow. Wie sieht der aussieht? Karten. Leg, absintheit. Leg, absintheit. Leg, leg. Am Hoffen? Leg. Super, wow. Gut, die Banne. Nein, Lidl, nicht zu klein. Fina Colada. Susanne. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Tschüss. Gäste. Was ist das? Gäste. Ja. Ich würde mich auf demen... Gäste. 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 Du ja. Alles klar. Gäste. Der Frühling und Herbst, das ist so schön, auch wenn es sehr, sehr schön jetzt ist, in der Schweiz war es schwierig wegzufahren, weil alle Tulpen rausgekommen sind und alle Blumen so frisch gestrahlt haben und wir haben jetzt Geiss und Schaf zu Hause. Neu, aber jetzt genüsse ich die Seite beim Pool. Und hier eine Spanne, da ist ein Meer hinten, auf 10 Minuten von hier. Wir sind jetzt auf einem Berg, da ist der Meer und Berg da, ganz hübsch. Jetzt bin ich gerade joggen gegangen auf dem Berg. Früher bin ich da eine doppelte Runde, oftest. Jetzt nehme ich noch ein bisschen eine kleine Runde mit einem Hund, aber gleich, man kommt zum Schwitzen. Aber ich stresse einfach nicht mal, ich stresse. Also wünsche euch einen schönen Frühling in Spanien. Ciao! Ich komme gerade von Tennis spielen in Spanien. Ich bin schon ein Tattoo. Sieht gleich so ganz. Passt zu mir. Tschüss! Letzter Spruch in unserer Familie. Hoche Banane. Und da komme ich mit diesem T-Shirt. Hoche Banane. Ganz sexy auf Seite. Tschüss! Treib nicht mal. Ein schöner Halt, das ist sehr, sehr schön. Sehr schön gemacht. Aber wäre es nicht schöner Boden für einen Fortplatz überhaupt? Die sind doch die schönsten. Ja, unsere Scheinung durch. Das war die Türe. Tschüss. Geniessen. Es riecht mehr. Gut. No problem. Bop, 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 bop. Tschüss. Bolli. Die sind cool. Die warten jetzt auf mich. Entschuldigung, wie sehen wir uns dann später? Die warten jetzt auf mich. Schatz, wo bist du? Wir sind immer klettern. Ja, sehr. Cowboybaum. Früher haben sie Pferde gegeben, und wir können da immer noch. Die können wir lange mitnehmen, Guys. Okay, wir sind schon. Wir sind wieder hier. Was soll ich? Tschüss. Tschüss. So, und jetzt sind wir hier schön gelaufen. Überall Baren. Also, jetzt sieht es sehr schön aus. Spannung geht es doch nicht so schlecht. Die Spannung ist doch nicht so ganz schlecht, oder? Du. Die Spannung ist doch nicht so schlecht. Und kallt. Jetzt geht es weiter. Und kallt. Ganz schnell. Träumig. Schnell jetzt geht es doch. Tschüss. 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 Und Tomato Toast. Das ist Spannung. Nicht Spannung. Und das ist der Tennisplatz. Und das ist er. Schnell. Tschüss. Wir sind schnell umfilmen. Die Messer sind so wenig. Wie sieht das gut aus? Komm, komm, komm. Jetzt Pisschen. Mäu, Mäu. Mäu, Mäu. Mäu, Mäu, Mäu. Das ist ja auch ich, Mäu, 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 Mäu. Das kommt am meisten, wenn man in den Garten ist. Mäu, 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 Psss, Psss, Psss. Jetzt ist Spannung. Jetzt ist der Abend. Jetzt ist der Tag. Wir müssen in den Mittellenten. Ausgelassen. Lena, die Palmen sind gross. Das waren ja die kleinen Palmen, die wilden. Wow, die sind super schön geworden. Das glaube ich und nicht. Da sieht man nichts aus, da sind sie gewachsen heute. Wer bringt euch eher so einen? Jetzt haben wir hier eine Früchte. Jetzt werde ich mal von Margariten stehlen von meinen Haaren. Die Wasserrechnung sind bei Margariten bis zu sagen 500 Euro per Jahr. Soll ich mehr in Schweden? Nein, nicht einmal so viel. Der berühmte Gummibaum. Er war 1 Meter. Weisst du, Jojo? Jetzt ist er riesig. Jetzt bekommst du nichts zu trinken. Und wir haben gemeint, er stirbt. Du kannst es hören. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Paris DER�吧feration